Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 120 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 3.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017